Hallo, ich grüße euch. Ja, der Sommer hat sich jetzt verabschiedet. Der Herbst ist da und mit dem Herbst kommt auch die Erkältungszeit. Und passend dazu, zu dieser Erkältungszeit, habe ich auch was aus der Mittelalterapotheke mitgebracht. Ich habe hier die Lindenblüten dabei. Die Lindenblüte auch im Mittelalter ein geschätztes Heilmittel gegen Fieber. Um uns diese Kraft der Lindenblüte zunutze zu machen, nehmen wir drei Teelöffel von diesen Lindenblüten, von den getrockneten, überbrühen die mit einer Tasse kochentem Wasser und lassen das Ganze 20 Minuten ziehen. Anschließend den Tee absieben, mit Honig süßen und davon dreimal täglich eine Tasse trinken. Hilft prima bei Fieber und fiebrigen Infekten. Mehr bedarf es eigentlich nicht. Das mal als kleinen Tipp für die kommende Erkältungszeit. Wie gesagt, die Lindenblüten. Ich bedanke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020